Der Trägerstau-Effekt tritt unter anderem in elektronischen Bauelementen wie beispielsweise Touristor und TRIAC auf und stellt eine Gefährdung für diese dar. Beim Nulldurchgang der anliegenden Ventilspannung befinden sich noch Ladungsträger in den Sperrschichten und aus diesem Grund fließt auch dann ein Strom. Wenn die Spannung schon in Sperrrichtung gepolt ist, sind alle Ladungsträger abtransportiert, reißt dieser Strom ab. An Induktivitäten, die EVTL, im Stromkreis liegen, wird aufgrund dieser steilen Stromänderung eine Spannungsspitze induziert. Diese Spannungsspitzen treten periodisch auf und überlagern sich mit der Betriebsspannung, wodurch die Halbleiterschichten gefährdet werden. Vor Überspannung, ausgelöst zum Beispiel durch den Trägerstau-Effekt, werden Halbleiterventile durch entsprechend dimensionierte RC-Schaltungen geschützt. Diese RC-Schaltung liegt parallel zum Tyristor oder TRIAC und wird auch als Snubber bezeichnet. Der Trägerstau-Effekt wird bei Bauteilen wie Ladungsspeicherdiode, Speicherschaltdiode oder Pindiode gezielt ausgenutzt.